eigentlich schon haben wir dann bräuchte mal ein ich erweitere mal unsere cpu ist auf 3 das war irgendwie gerade das system weg strom kann doch jetzt nicht wieder alle sein nee der ist voll dann war es nur ein leck so ein normales dance kabel ach so der macht gerade glas deswegen machte die und nur in beiden da noch nicht jetzt macht er so ich würde sagen den rechten benutzer für lois war nee der hätte ich mehrere extra eingestellt hatte ich mir gedacht ich würde hier unten den vielleicht tatsächlich auf lois stellen dass der halt nur lois macht mehr so wie fused quads zum beispiel wir haben ja nicht mehr so viele lois weil wir haben ja weibeln und so haben wir ja zerpflanzen da brauchen wir keine da brauchen wir keine lois für machen aber bronze zum beispiel oder solche geschichten guten abend why why not nico guten abend war so kondo it's item kondo it's so so dann wollen wir mal hier eine danke dafür ein paar schmack zwischen angucken was die pflanzchen machen in der pflanz nummer drei seiten sind ganz schön widerspenstig immer noch eine haben wir hier eigentlich im e-konto ist drauf ja sind drauf weil dann würde ich nämlich mal kurz 12 haben wollen weil ich keine lust habe jetzt weil die kann man ja zum glück verbinden die sich ja im endeffekt mit dem smart cables und so hat kann aber auch so dass sogar schon die version hier drauf ist wo die sowieso schon funktionieren das könnte sein das weiß ich dass das in mache war ich weiß nicht ob das jetzt schon ist mein export was ich hab nicht mal dahin nein geht noch nicht schade hätte er sein können das ist immer das blöde weil dann kannst du nämlich dann musst du nämlich immer die smart cable musst du von irgendwo dran machen dann sind wir total bescheuert eigentlich ja das stimmt denn man muss jetzt im endeffekt wenn ich hier die farming station in bau und mache hier zum beispiel den export bus dran mit der crafting card natürlich die genau das treetipps dann muss ich natürlich hier jetzt in smart cable dran kloppen dafür genau da kommen die tüte der tüte nämlich rein und der kraft hat immer wieder neun wenn er kaputt ist aber jetzt muss ich natürlich den strom und die die item kommt jetzt von der seite dran machen das ist nämlich das ist nämlich die scheiße weil ich meine immer dann so ein bisschen wie er immer aussieht auch hier irgendwas ist ja immer ja so ist es immer da lang so und dann brauche ich hier am besten hier irgendwo da zum beispiel gehen wir hoch ja 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 Hm-hm. Nae? So, Extract. Fertig, zubauen, das ganze Gemüse hier wieder, so kann er sehen, so, no Seeds, äh, lüg nicht, hast du wohl Seeds. So, Rubber Trees werden jetzt gepflanzt und der macht mit den Treetabs dann im Prinzip einfach nur das Sticky Residen davon ab, da finde ich nämlich cool an dem Ding. Mhm. Der setzt sich auch, glaube ich, nicht ganz nah, der setzt sich ein bisschen auseinander auch. Boah, das weiß ich nicht mehr. Ja, das haben wir doch beim Hermit-Pack. Stimmt. Dann könntest du ja eigentlich die Bäume dann hier abholzen. Ja, könnte man. Sind ja dann, äh, überflüssig. Ja, ist ja gut, ich mach ja schon. Gut, das haben wir denn sonst noch für ein Aloe-Rezept. Bronze hast du gesagt. Mit der Bronze kannst du dann mit Fäusten bauen. Stimmt. Na ja, wie, ich wollte gerade sagen, wie die Lumber-Ex nicht richtig funktionieren bei den Dingern. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. So. So. Okay. Dann. Was machen wir denn? Hm. So. Mhm. So, dann hoffe ich mal, dass es dem Herrn genehm ist. Jo, jo. Sieht gut aus. Mhm. 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 So, das auch erledigt. Das heißt Rubber. Kriegen wir dann auch. Das finde ich schon mal gut. Ja. Ja. Das kann man natürlich noch ein bisschen erhöhen durch Extractor, aber na ja. Jo. Ja. nicht so gut läuft. Ja. Kann ich nicht sagen. Ich kann ja mal kurz nachkommen. Mhm. Mhm. Äh. Es sieht aber gut aus. Ich habe eine Bitrate von knapp 6k. Da drin. Hervorragend steht da. Mhm. Das steht auf jeden Fall hervorragend. Also. Kann ich Ihnen leider nicht sagen. Warum das so ist. Weil hervorragend. Ich glaube nichts gibt nichts Besseres. Das könnte sein. Eigentlich müsste das Cycle jetzt langsam kommen, oder? Das könnte sein. Äh. Eigentlich schon. Der ist auf Abwesen, glaube ich, im Discord. Das kann auch sein, ja. Und dass Twitch gerade wieder die Leistung bei den Großen reinpumpt, ja. Wir haben auch Sonntag. Könnte natürlich gut sein. Mhm. Ich könnte zwar auch die, die, natürlich könnte ich den Upload hochdrehen noch, aber das bringt ja auch nichts. Dann. Weil 6k ist schon eigentlich relativ hoch. Mhm. Was Upload bis Stream anbelangt. So. Ähm. Worüber habe ich jetzt auch im Endeffekt als... Dinge. Äh. Quatsch. Die Frage, ob natürlich... Okay. Haben wir noch Knochen? Oh. Das sehen wir so aus. Ja. Das hatte ich vorhin auch. Hä? Hm. Immer noch. Ah, jetzt. Wollen wir das denn gerade aus, hä? Ich habe keine Ahnung. Komisch. Komisch, 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 komisch. Immer noch Neues. Mhm. 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 Ja. Achja, der braucht ja noch eine Schere. Bestimmt. Um die Leafs abzumachen. Äh, ja. Stefan. Eiron. Mhm. Neue, sie weg. Ich würde vorher machen so nicht Ochse. Ach ja. Ach ja. naja das destilliert ihr wasser läuft ja wenn man die sechs zusammen zählt man bestimmt schon drei einmal ja das ist also nichts so wie kam denn da wo sich sonst schon die schlechte haben wir sehen ist die krisen wir kommen dann aus dem extraktor aus 3 ok also drei rüber für ein resi rezept gemacht fällig das kommt in den extraktor guten abend i1 noch mal über 500 mili war jetzt schon hier das wasser so eine menge ich sag doch wenn man das zusammenzählt haben wir drei eimer warum sagt er jetzt no seeds da sind doch bäume drin ich habe keine ahnung ich auch nicht ich weiß nicht ist jetzt dann gehen wir mit dem seeds fertig so dann kannst du jetzt weiter gehen mit dem mazerator mazerator jetzt weiß ich was ich wollte ich wollte das dienens bauen genau das kabel genau ach metalformer ja da war ja noch kabel zu machen ja bronz haben wir noch ein rezept schon von ich glaube nicht oder ich weiß es nicht bronz äh nein haben wir nicht da machen wir nochmal mit eins bronz am besten von forest weil er am einfachsten ist so ist das ist war net pulsating iron ist das energetisch ihr seid das okay So, einmal das. Einmal das, ergibt das.